Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Informationsvideo zum Thema Interviewserie. Ja, wie ihr das schon denke ich mal seht, habe ich jetzt demnächst den Killer Chris auf dem Stuhl. Und deshalb stellt mir doch einfach eure Fragen an den Killer Chris und setzt sie alle in die Kommentarbox. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Interview. Bis dahin. Tschüss.